Norddeutscher Rundfunk 2021 Als erstes nominiert ist das Mieter-Center. Hallo Dani! Hör mal, ich habe gerade eine super Nachricht bekommen. Von Erich und von René von anderen und Gibi. Wir sind nominiert. Alles in Bewegung setzen und los geht's! Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, wir sind nominiert. Möchtet euch bereit! Ich bin in der Nähe der Hunde. Ich bin in der Nähe der Hunde. Einfach mit ihrer Hunde. Wir machen die Hunde. Gesteht ihr hier? Bis zum nächsten Mal! ! 2 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr das nicht arbeitet, würden wir natürlich eine super Dekoration von euch erwarten im Mieter-Center Schweiz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.